Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute kommt mal was sehr cooles für Nicht-Star Rider und zwar gibt es einen gratis Gutscheincode für 7 Tage Star Rider und zwar umsonst. Wir nähern uns der großen Jubiläumsfeier. Anlässlich unseres 10 jährigen Jubiläums laden wir dich ein 7 Tage lang kostenlos ein Star Rider zu werden. Du kannst dieses Geburtstagsangebot mit dem Code 7 Days Birthday Fun einlösen, wenn du auf deiner Kontoseite angemeldet bist. Wenn du diesen Code schon einmal benutzt hast, kannst du ihn nicht noch einmal benutzen und er gilt nur, wenn du noch kein Star Rider bist. Aber seien sie versichert, dass in den nächsten Wochen weitere tolle Jubiläumsangebote auf sie zukommen werden. Man kann ganz Jorvik entdecken, wer man Star Rider ist, ohne Grenzen. Man kann sehr, 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 sehr viele Pferde kaufen. Man hat sehr viele Quests als Star Rider und man kann Freunde in der ganzen Welt treffen, wobei man ja auch in Mordenford Pintar Leute treffen kann. Und das Angebot läuft am 12. Oktober, also in genau einem Monat auf. Wir sehen uns in den Sätteln Dein Star Stab Team. Also hier ist nochmal der Code 7 Days Birthday Fun. Und dann zeige ich euch nochmal kurz, wie man das einlöst, falls es noch ein paar nicht wissen, die Star Stab jetzt noch nicht so lange spielen. Als allererstes müsst ihr die Star Stab-Seite aufrufen, dann auf Einloggen klicken. Und dann loggt ihr euch ein. Hier müsst ihr eure E-Mail eingeben, da euer Passwort. Und wenn ihr euch schon eingeloggt habt, klickt ihr hier auf Gutscheincodes. Und dann könnt ihr euch hier den Gutscheincode eingeben. Also dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.